Ich habe das miterlebt, da ist einmal einer abgestürzt von der Wand. Und auf dem Haufe erst ist sie umgefallen. Das war jetzt ein Glück. Mein Opa, der immer so mir gesagt hat, gehe ich auch nicht mal in Steinbruch, das ist eine Knochenmühle. Und wenn es gleich auf geht, wenn sie überladen waren, ich gehe die Vorderseite hoch, dann habe ich Angst. Steuern unmöglich. Ich will Bremse, es geht nicht. 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 Ich bin zurückgekehrt, um auf eine Erinnerung zu schauen, die das Gedächtnis schon längst umgeschrieben hat. Was mir noch am vertrautesten ist, das sind vor allem die Geräusche, werden mich bis in den Schlaf begleiten. Komm mal rauf, der Stromer. Ich will Bremse, es geht nicht. 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 Es geht nicht.